ein sniper scheiße man die soll verschwinden so einmal noch ja die will ich haben genau nice die fangen schon an zu rennen ja ich weiß die drecks viecher fuck hab daneben geschossen war das der letzte letzte ich kann jetzt nur mit meiner schrotflinte immer immer wechseln so jetzt wechsel ich wieder sagt man kann ich den nächsten damit abknallen ja guck mal eben hier aber ich kann ja gar nicht ich brauche auf langsamer ohne scheiß eine maschinenpistole irgendwas ich krieg die ganze zeit zu gefährden und so mann richtig ey hier kommen gar keine zombies mehr wow bist du krank man? Jules erschrocken also hier kommen jetzt erstmal keine mehr ich glaub die haben die schnauze voll bist du da hinten alles im Griff? ey hier laufen auch welche ohne köpfe und so wie? ja ohne köpfe was ist denn da dran nicht zu verstehen? ja vorher schon bevor du den kopf abgeschossen hast hinter dir ist einer wow hä wo kommt der denn auf einmal her? ach kacke scheiße sind gerade schlechte positionen hier ne? wow die wollen hinter dir her man die haben gar nicht unbedingt mich verfolgt ich glaube als Player 1 bist du immer am Arsch aaaah hilfe rolle top cocktail schmeiß doch alles doch wow fuckum instant kill ja ja hol ihn hol ihn hab ich hab ich schieß erlaubt wow wow sauber Bombe oha haben wir ihn auch geschafft boah ey der ist unscheiß Black Opsombie muss nen Scheiß gehen von der Schwierigkeit her ne? der ist wirklich total easy das ist echt übel man oh guck mal da kommen schon wieder welche angerannt wie schnell nein wir hatten noch instant kill oh du musst da weg du musst da weg ja ich wollte noch ein paar Tieren noch zu machen ey meine Waffe zieht den gar nichts ab ich hab Low Armor meine Waffe hat den gar nichts abgezogen man ich muss die Ellen Waffe nutzen schmeiß doch ne Granate geh da weg geh da weg Granate Granate achso du hast ne Granate hingeworfen schon ja wer ist mit ihm denn los hier wer ist mit ihm denn los hier boah ich schwör's dir abgesägt ist geil man oha da kommen jetzt richtig viele scheiße ey die abgesägte müsste so 8 Schuss haben man dann wäre so ein Schlagwach die sind noch ohne Kopf wieder man oh oh jetzt kommen die auch noch hier durch ne durch die Steinmauer ja Steinmauer war schon vorhin schon ich hab die ja immer wieder zugemacht ey du musst meinem kurz Deckung geben ich brauch ne neue Waffe ja ich kann dir nur Deckung geben in dem Raum hier hä hä geil ein Flammenwerfer das ist ja mal cool ey lass mich mal einmal hier durchrennen mit dem Flammenwerfer mal ausprobieren warte ich brauch auch noch ne andere die Schrotflinte ist ja gut aber das M1 hier oha ne MP40 man korrekt genau so n Ding hab ich jetzt gebraucht ja die Schrotflinte brauch zu lange zum Nachladen oh das fehlt so gefährlich ey aber hier ist die Double Shotgun man die kostet 1200 die ist auch richtig gut obwohl das doch die Doppelläufige die ich hab ja ja ich glaub das ist die auch waaah waaah der ist ja voll scheiße scheiße ich muss nachladen ey wollen die mich voll verarschen ja doppelte Punkte MP40 ist mal wieder wie immer geil ja ey lass mich mal eben hier die Seite machen dann mach du die andere ach Instat Kill ja ey geil jetzt renne ich mit dem Flammenwerfer durch wuhuu oh ah Hilfe nimm so viele mit wie du kannst ja ich hab nur Angst dass jetzt einer von hinten kommt und mich killt wo sind denn die wo sind denn die uah bist du krank man schläg ich doch nicht immer genau hinter mir und so ein Zoll ach wir haben gar kein Instat Kill mehr ja ich merk's das dauert auch 5 Jahre ey warte auf warte auf warte auf warte auf warte auf warte auf warte ach so ne Scheiße ich krieg die ganze Zeit nur diese Kack Waffen ich mach grad erstmal eben hier die Wände wieder zu dass die hier nicht wieder so schnell durchstürmen ey will denn der nicht sterben schnell ne andere Waffe ey ich brauch ne andere oha ja ja das sieht doch schon mal an wann kommen Zombies eigentlich durch Steinmauern oh das Schausschüsse über das 50er Kaliber ey du Sack ich hätte eigentlich ne Waffe gebraucht ja boah du Sack jawoll endlich hab ich sie die wollte ich die ganze Zeit haben uah uah ja ja kommt hier alle kommt alle her nehm euch alle auf einmal hier aha was ist das dann nehm ich die auch mal es geht dir bei 40 ja mal nein ah oha ey Hilfe ey du kranker wie soll ich das denn jetzt schaffen nein hinter uns ach so hinter uns ja warte warte ich halte die alle auf ah hol auf nicht ah jetzt sind wir am Arsch nein warte ach scheiße ich kann nicht mehr ah dahin ah scheiße ach nice nur weil du so schlecht bist ey Bälle 10 ja war wirklich meine Schuld weil ich da anfangen wieder durchrennen musste ja das war wieder klar immer wenn man rumspinnt so eine Kacke ah dacht ihr dann nice er hat jetzt hier so ein fettes leichtes MG ja aber da kamen die von allen Richtungen da war ja schon wieder scheiße kacke so ein Mist so so das wollte ich nämlich auch nochmal zeigen ok wir hoffen euch hat das ganze gefallen bis zum nächsten mal euer Gonzo und Nice ciao ciao co 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 Vielen Dank.